Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Blast Unleashed. Ja, und im vorgezogenen Part, wie ihr vielleicht an der Folgennummer wiedererkennen könnt, ich habe schon ein paar andere Folgen voraufgenommen, nur diesen werde ich ein bisschen vorziehen. Grund ist folgender, es sind ein paar aktuelle Themen drin oder ein paar aktuelle Ankündigungen und eine ganz spezielle neue Ankündigung. Und zwar werden wir ja das große Juli-Update sehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir das wirklich wieder Anfang Juli sehen. So war es ja auch, glaube ich, mit dem März-Update oder was das war, oder Mai-Update. Das haben wir, glaube ich, Ende April dann gesehen oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, auf jeden Fall werden wir das wahrscheinlich wieder relativ früh sehen. Es sind auch schon viele, sage ich mal, Ankündigungen draußen. Wenn ihr irgendwas genauer wisst, wenn ihr genau wisst, wann kommt das Juli-Update? Oder ich sage jetzt irgendwas Falsches hier oder wie auch immer, gebe irgendwas hier falsch weiter. Schreibt es gerne in die Kommentare oder wenn ihr andere Vermutungen habt oder Ähnliches, schreibt es gerne in die Kommentare. Wo habe ich meine Informationen her? Von blessunleashed.com. Unter News könnt ihr die ganzen Sachen abchecken. Auch manche Sachen, die ich hier vielleicht jetzt nicht genauer erläutere. Warum ich sie nicht genauer erläutere, werde ich dann gleich noch sagen. Also, was sehen wir im Juli-Update? Wir bekommen einzigartige Klassen-Skills dabei. Wir bekommen ein Gildensystem-Update. Wir bekommen ein Ehren-System und das ganze Enhancement, die ganze Enhancement, also die Aufwertungsgeschichte der Waffen und so weiter, wird verändert und vieles mehr. Wir sehen 150 neue Quests. Unten im Dschungel wird es weitergehen und so weiter und so fort. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Und zwar, was sehen wir hier? Die Enhancement Changes, Sneak Peaks, sind heute rausgekommen. Also, dass sie uns so einen kleinen Vorgeschmack drauf geben. Und was werden sie machen? Sie reduzieren die Starseed-Kosten des Master-Enhancement-Typen und geben noch eine Fähigkeit dazu oder ein Item dazu, das man finden kann, um die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Enhancements zu erhöhen, sage ich mal. Dann werden sie ein System, ich muss das immer gerade hier vom Englischen direkt ins Deutsche irgendwie übersetzen. Hoffentlich mache ich keinen Übersetzungsfehler. Ja, und zwar beim Common, also beim gewöhnlichen Enhancer oder Aufwerter hier. Dort werden sie ein neues System implementieren. Ein System, das ich so ähnlich auch vermutet hatte. Ich habe ja schon gesagt, sie werden einen Bumper einführen. Wie werden sie das machen? Da habe ich ja verschiedenste Möglichkeiten halt schon irgendwie gespoilert und habe gesagt, ja, so und so könnte ich mir das vorstellen. Und eine, die ich gespoilert habe, wird auch durchgeführt, werde ich gleich darauf eingehen. Also, sie haben ein neues System bei dem Common Enhancer gemacht, das pro Fehler, den man macht, dass man dann praktisch, ja, eine kleine, die Chance leicht erhöht wird pro Fehler, dass es in diesem Durchgang halt klappt, sage ich mal. Also, ihr habt einen Gegenstand legendär plus eins, ihr wollt den aufwerten, es klappt nicht. Und dann wird es pro Tour, wo es nicht klappt, wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, sozusagen. Ja, und dann, wie ich schon gesagt habe, werden sie ein ganz neues Item reinbauen ins Spiel, das die Erfolgsrate generell erhöht. Jetzt muss ich gerade gucken, hier im Text, was wichtig noch zu sagen ist. Und zwar, das Master Enhancement System wird komplett überarbeitet. Ja, der, das finde ich eine krasse Änderung. Dieser Enhancer akzeptiert nicht, also weiterhin nicht mehr die Fortification Stones, sondern stattdessen will der New Seagulls, ich gehe auch davon, also irgendwelche Siegel, nehme ich mal an, sind das, ich kann es jetzt nicht übersetzen, ein Patience Weapon Siegel und ein Armour Fortification Siegel. Also ein neues Item muss man da sammeln und das bekommt man in Dungeons, Crusades und, jetzt muss ich gerade hier gucken, also bei irgendwelchen Rewards vom Endgame-Content. Okay, ja, die werden auch irgendwie, muss ich gerade gucken, sie werden, glaube ich, in Ränge eingestuft. Muss ich gerade gucken, stimmt das? Ja, das müssen wir uns halt irgendwie mal angucken. Auf jeden Fall kann man damit halt die, ja, bei Master Enhancement Typen halt die Sachen dann halt erweitern. Stimmt, der ganze, ah, ja, ja, genau, die werden in Ränge eingestuft, in C, B und A Ränge, glaube ich. Und natürlich bei Master Enhancement Typen kann man natürlich auch C-Gear aufwerten, da habe ich gerade gerade dran gedacht. Das macht zwar kaum Sinn, zumindest mal aus dem vorherigen Stand der Dinge, C und B-Gear dort aufzuleveln, eigentlich nur A-Gear geht mal zum Master Enhancer, sage ich mal. Ja, es hat sich ja da ein bisschen was geändert. Wird wahrscheinlich in der Zukunft auch noch sein, dass man nur mit dem A-Gear, sage ich jetzt mal so, zum Enhancer geht, also braucht man nur die A-Siegels da. Ja, müssen wir uns mal angucken. Auf jeden Fall, die Kosten beim Master Enhancement Typen werden um 70% reduziert und sie erhoffen sich davon, oder ich gehe mal weiter, es wird dann halt dieses neue Item noch ins Spiel kommen, das Ember of Passion. Es ist ein sehr rares Item und das kann die Erfolgsrate beim Carmen und beim Master Enhancer halt eben erhöhen. Dann möchte ich noch mal sagen, habe ich ganz vergessen, dieser unlistenzierte, also dieser andere Enhancement Typen, der böse Enhancement Typen, der doppelt aufwerten kann, aber kann es komplett zerstören, den Gegenstand und so. Also die dritte Möglichkeit wird aus dem Spiel entfernt. Also es wird in Zukunft jetzt nur, oder was heißt in Zukunft, in naher Zukunft nur den gewöhnlichen Enhancer geben und den Master Enhancer. Ja, dieser ungewöhnliche, unlistenzierte Typ da, der bei den Dieben da rumgelaufen ist oder bei den PvP-Leuten und so, der wird aus dem Spiel entfernt vorerst, wird aber wieder ins Spiel kommen mit auch einem überarbeitenden System. Keine Ahnung, vielleicht wird es so ein PvP-System, keine Ahnung, ist jetzt einfach mal so dahingesagt. Ja, und wie ich schon sagte, sie machen jetzt so ein Streak-Breaker-System, werden sie einbauen und zwar pro Fehler, den man halt bei seinem Aufwerten hat, beim Common Enhancer, ganz wichtig, nicht beim Master Enhancer. Ja, this system is not present on the Master Enhancement Artisan. Hm, ob das eine richtige Entscheidung ist, das seht ihr, wenn das Licht angeht. Also, hm, fand ich eigentlich schade. Gut, klar, sie bauen also beim Master Enhancer 70% Reduzierung und halt diese neuen Items, die man sammeln muss, okay, kann natürlich auch geil sein, muss man über Star Seeds dann finanzieren. Das heißt, man bekommt ja, wenn man 70% Reduzierung hat, hat man also noch 30% der heutigen Star Seed-Kosten. Das heißt, wenn ich heute einmal aufwerten kann, kann ich dann in der Zukunft dreimal aufwerten. Wenn ich zweimal aufwerten konnte, kann ich dann sechsmal aufwerten. Plus die neuen Utensilien, ja, kann schon funktionieren. Das System kann schon sein. Trotzdem bleibt es leicht frustrierend, wenn man noch nicht mal seine Chance irgendwie dann erhöht. Klar, es gibt noch dieses neue Item, das man dann noch einbauen kann und einsetzen kann, um dann aufzuwerten. Irgendwie wird es schon möglich sein. Und beim Common Enhancer kommt halt dieses Bumper-Breaker-System, wie auch immer. Das System, es geht einmal schief und dann wird es immer weiter erhöht, die Chance, dass es beim nächsten Mal funktioniert. Wenn ihr dann, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Mal hintereinander nicht, wenn es nicht funktioniert hat, habt ihr schon eine Riesenchance, dass es beim nächsten Mal funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob es angezeigt wird in Zukunft, die Chance. Keine Ahnung, das werden wir alles mal sehen. Ja, die Entwickler erhoffen sich davon, dass die Spieler halt, sage ich mal, ja, help is too difficult, jetzt muss ich gerade gucken, was sie da schreiben. Also sie erhoffen sich davon, dass das ganze Master-System hier oder Aufwertungssystem halt einfach deutlich besser funktioniert. Müssen wir mal gucken, ob es so funktioniert. Ich wollte es euch auf jeden Fall mal weitergeben. Das war für mich eigentlich die Breaking News sozusagen, dass das Juli-Update kommt, klar, mit den Inhalten. Und vor allem hier das mit dem Enhancement-System. Da sind sie jetzt ein bisschen genauer schon drauf eingegangen. Vielleicht wird es ja wieder überarbeitet, dass sie jetzt ein Feedback hier bekommen und die Leute sagen, na, das geht doch so und so nicht, macht doch noch das und das rein. Sie schreiben hier auch noch irgendwas mit Artefakt-Cores und Artefakt-Charts. Habe ich jetzt gar nicht übersetzt. Vielleicht kann man das auch irgendwie umwandeln jetzt oder sowas. Ihr könnt es gern mal in die Kommentare schreiben, wenn ich da jetzt noch irgendwelche Details vergessen habe. Ja, dann gibt es noch zwei neue Reittiere, die jetzt ins Spiel gekommen sind. So ein Einhorn mit einer Rüstung und so ein Waag mit einer Rüstung oder sowas würde ich sagen. Also so ein Wolfieh mit einer Rüstung. Sieht cool aus. Werde ich vielleicht auch als Thumbnail benutzen. Keine Ahnung. Und das ist mein Wecker. Was macht denn mein Wecker jetzt? Oh mein Gott. Ich muss den mal ganz kurz ausschalten. Sorry. Oh, das ist ja Wahnsinn. Warum ist mein Wecker an? Ja, mein schöner Huhnwecker. Ja, haben wir den auch mal gehört. Ja, also wie gesagt, das war ganz wichtig mit dem Aufwertssystem und bla bla. Dann das Honor-System. Da haben sie auch nur so kurz an. Das habe ich, glaube ich, in einem alten Video mal gesagt. Also das PvP-Ehrensystem, dass sie da dran rumschrauben und ein System einbauen. Ja, dass es ehrenhafte Tote gibt oder PvP-Kills und unehrenhafte und was weiß ich. Müssen wir uns mal angucken. Das wird wahrscheinlich erst wichtig, wenn es wirklich rauskommt. Ja, und dann gibt es ein Gilden-Progressionssystem, das sie schon ein bisschen näher angekündigt haben. Und ja, mit dem, ich muss gerade gucken, was sie da schreiben. Also man kann praktisch die Gilde leveln mit allen möglichen Typen des Spiels, die man machen kann. Also tägliche Quests, ich nehme es jetzt mal an, tägliche Quests, Quests, Gegner töten, Field-Bosse töten, was weiß ich. Man kann irgendwie XP für die Gilde sammeln, irgendwie auch Gold spenden und so. So wie man es sich eigentlich vorstellt, so ähnlich haben sie es auch angekündigt. Ja, und ja, dann kann man verschiedene Gild-Levels halt eben aufsteigen. Und man kann ja damit dann halt verschiedenste, ja, also habe ich ja schon gesagt, Gold spenden und irgendwas, Field-Bosse besiegen und so weiter. Und die Benefits, also die Belohnungen daraus sind spezielle Mounts, ein spezieller Gilden-Banner von der eigenen Gilde und dass man die, sage ich mal, die maximale Anzahl der Spieler von 50 auf 80 erhöhen kann. Und dass in der Zukunft noch weitere Changes in das Gildensystem, sage ich mal, da mit eingewoben werden. Ja, und ein Gilden-Missionssystem und so weiter schreiben sie da noch. Das müssen wir alles mal sehen, muss zuerst alles mal so kommen. Ja, und dann als letzter Punkt, und den werde ich nicht ganz ausführlich behandeln, weil das ist mir einfach zu stressig. Sie werden eine Möglichkeit einbauen, dass man seine aktiven und passiven Fähigkeiten dazunehmen kann oder austauschen kann und so weiter. Müssen wir mal genau gucken, wie das dann letzten Endes wirklich funktioniert. Auf jeden Fall auf Level 30 wird es dann so ein System geben, wo man dann für 100 Stars sieht, kann man diese Fähigkeiten auch tauschen. Und jede Klasse bekommt da eigentlich zwei aktive und vier passive Fähigkeiten dazu. Ich muss mal gerade gucken. Ja, ist tatsächlich so. Es ist bei jeder Klasse so. Zwei neue aktive Fähigkeiten, vier passive. Ja, und das sind dann teilweise PvP-Fähigkeiten, teilweise Gegenheilungsfähigkeiten, teilweise Fähigkeiten, die irgendwie, sage ich mal, die Klasse ein bisschen, ja, oder irgendwelche Kosten reduzieren für irgendwas zu machen und so. Das müssen wir uns dann letzten Endes angucken, wenn es wirklich so kommt. Ich denke, die Entwickler kriegen aufgrund der Fähigkeiten, ich könnte euch jetzt alle vortragen und bla und wie ich das dann denke. Und sie schreiben mir hier auch ausdrücklich, dass es, sage ich mal, ja, erst vorgearbeitete Version ist. Also es kann sein, dass sie jetzt viel Post bekommen, viele E-Mails bekamen und vielleicht schon manche Sachen dann auch verändern. Und ich trage die euch hier noch anders vor. Das werden wir dann machen, wenn das große Update kommt. Dann werde ich euch alles sagen, alle neuen Fähigkeiten, was da so reinkommt und so weiter. Dann werde ich das ein bisschen genauer betrachten, höchstwahrscheinlich. Und ich, ja, auf jeden Fall kriege praktisch jede Klasse sechs neue Fähigkeiten, zwei aktive, vier passive, die man dann changen kann über Starseeds. Das kostet dann irgendwie Starseeds und dann könnt ihr halt eben, ja, nochmal euer Dungeon-Setup halt eben wählen oder euer PvP-Setup oder wie auch immer. Ja, ich denke, das soll es dann gewesen sein. Da haben wir ja ein paar Sachen angesprochen. Also mit dem Enhancement-System sind wir ein bisschen schlauer. Jetzt müssen wir uns mal angucken, wie das dann letzten Endes funktioniert. Es klingt auf jeden Fall nach einer Erleichterung. Das auf jeden Fall. Ich habe nur die Angst, hoffentlich findet man diese Siegel dann auch wirklich relativ häufig, in Anführungszeichen, sodass das jetzt nicht plötzlich das Riesenproblem darstellt. Trotzdem finde ich es gut, dass dort noch was reinkommt, weil die Fortification Stones, ja, waren ja praktisch wertlos. Und jetzt haben sie da noch die Siegel da eingebaut, also dieses neue Item da. Und, ja, das wird bestimmt ziemlich wertvoll sein. Oder auch dieses Power-Up-Siegel oder dieses Poachers-Dingens da, oder wie es heißt, wo man diese Chance erhöhen kann. Das wird bestimmt auch sehr wertvoll sein. Kann man bestimmt verkaufen und kaufen. Und wie auch immer wird bestimmt eine interessante Sache von der Mechanik her. Die neuen Mounts sind auch ganz cool. Gilden-Progressionssystem, also die neuen Mounts sind jetzt schon im Spiel drin. Gilden-Progressionssystem klingt auf jeden Fall auch mal nice. Die verändern schon coole Sachen und auch die neuen Unix-Class-Skills, die reinkommen, sind auch absolut cool. Ja, wir müssen letzten Endes gucken, wo läuft das Spiel wirklich hin. Ich war, glaube ich, bei einem Spiel noch nie so hin- und hergerissen. An einem Tag denke ich, ey, Monty, leg das Spiel zur Seite, es hat echt keinen Wert mehr. Und dann am nächsten Tag denke ich, irgendwie ist es schon wieder geil und ich spiele es dann wieder und es ist schon cool. Es ist einfach noch nicht 100% fertig. Es fehlt für mich noch so ein bisschen Endgame-Content, der wirklich richtig krass motivierend ist, auch mit den Master-Enhancement-Änderungen da. Ich bin jetzt mal echt gespannt, wie das so funktioniert. Es ist trotzdem noch sehr, sehr grindig und nicht so cool linear aufsteigen. Also man kann rein theoretisch jetzt nur sich 2 Millionen Stars zusammenballern und dann, sage ich mal, in irgendwelchen Waffenaufwertungen investieren. Es klappt gar nichts und es ist halt mega frustrierend. Da würde ich mir schon wünschen, ähnlich wie sie es jetzt beim Common-Enhancer gemacht haben, dass wenigstens die Aufwertrate dann besser wird. Aber vielleicht machen sie das ja auch so, dass es beim Master-Enhancer dann vielleicht doch auch wegen mir sogar in abgeschwächter Form einbauen. Das würde ich schon irgendwie feiern, dass man sein krasses Agier dann wirklich auch kontinuierlich irgendwie hochziehen kann und nicht jedes Mal die gleiche Glückschance braucht. Ja, aber wir müssen mal gucken, wie es läuft. Auf jeden Fall diese Reduzierung der Starseed-Kosten um 70% ist ja schon mal relativ heftig. Da kann man ja dann schon einiges damit bewegen. Und vielleicht geht es dann auch wesentlich schneller, als ich das heute einschätze. Ja, auf jeden Fall coole Änderungen. Ich bin mal gespannt, wie die Spieler das annehmen. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Habe ich irgendwas Großartiges vergessen? Will sich jemand die Mühe machen und will die Fähigkeiten in die Kommentare schreiben, hier von den verschiedensten Klassen oder was auch immer ich jetzt weggelassen habe, wo ihr denkt, das ist noch wichtig zu sagen? Haut es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. So kriegen wir da noch mehr Wissen zusammen. Und ich kann es vielleicht auch in einer der nächsten Folgen dann wieder mit aufgreifen oder dann, wenn das Update dann letztendlich kommt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit helfen, ein bisschen aufklären. Und ja, dann sehen wir uns in den nächsten Folgen. Haut rein, bis dann. Vielen Dank für die Unterstützung. Haut rein. Ciao.